Ich schau mal, dass ich den Geist für den Dach aufmach Ich hab die Objekte von mir da Was sind wir? Na, wir sind ja Mössen eigentlich, oder? Ja Ja Genau, genau da, wo ich nicht ich will Einer oben, einer unten Ja, ich bin oben Der auch oben Ja Erstmal ein Mini legen Der ist saumiesgelegt, aber es ist auch wurscht Mini konnte ich gesessen, super Aber Ich weiß, ob ich es jetzt tauchen Klar, wo wird gerecht Unten Oh Unten ist gerecht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Alles klar? Ja Ja, klappt nicht Schaut zu überlegen Okay Was ist denn da los? Warum stirbt denn der Glöpfer? Ja Saft der Mini Das bin ich Das ist so Mini, warum hat der... 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 Der Schliche Der Schliche Er ist so Der Schliche Der Schliche Der Schliche Einer Oh, das ist gut. Wo ist er? Wie ist er? Wo ist er? Oma oder was? Ah, er kommt da weg. Oma ist er. Was ist er? Ich bin hinter dir. Na, da ist er ein Andment lang. Ja, oma ist er. Oma ist er. Oma ist er. Garten. Alles. Ich weiß nicht, was da alles ist. Aber ich glaube, dass sie es oben aufmachen. Da ist er. Und der Glück hat. Okay. WTF? Was war das? Der hat mich ausgenockt. Ist der oben? Genau, der ist oben. Das hat mich höchstwahrscheinlich wo er ist. Kein boah. Hast du ihn wieder? Nein, ich habe mich getasert. Du hast dich getasert? Ja. Ich will den Masi machen. Ah, der ist ausgeschalten. Ist auch ein Ding. Was? Die Funktionsherz ist so. Schauen wir mal nicht so groß. Das ist eigentlich nicht losig. Also das obere Objekt ist jetzt erstgeschalten. Der ist ja höchstwahrscheinlich da der Einlecker. Oh, wie du recht kommst. Was? Was ist das? Haben sie denn schon mal finanziert? Kommt ihr denn da schon eingebaut? Nein, magoniert. Sechser Terminier. Glück gehabt. Ja, ich pass umher voll. T-Wurm und Sauna. Ist es oben? Ja, ist es oben. Sollte es unten abfallst. Das ist grundscheinlich der Ulti-Code. Das ist auch so. Ich bin echt vor. Da haben wir den Kumpel in Englisch gezwungen. Haben wir den Atelier zu haben. Ja... Kann ich das hier auf. Evo. Sollt euch das so. Ja. Hiking und Kofitz, oder? Hiking und Kofitz, oder? Oh, jetzt ist ja... Oma ist offen, oder? Was? Oma ist offen, da sind zwei Minien, die man hat. Nein, ohne ist Oma. Was an zwei Minien? Wenn es da unten hingeht. Da? Nein, nein. Da im Garten, wo es das große Raffen hat. Das große Oma. Oben? Ja. Da ist ein Minien ganz entfernt. Da bringt es nichts mehr. Ach, da hinten, oder? Ach so. In der Hand, halt. Da ist eins. Ach, das haben sie es aufgemacht. Ja. Auf rechts, bitte, ja. Okay, der ist einer von mir rum. Alle da oben? Ja, aber nicht mehr zu viel lang. Scheiße. Ja. Da oben. Was ich auch nicht kapiert habe. Ist das alles aufgemacht? Oder ist das Oma? Okay. Jetzt haben wir rein. Ah, okay. Da ist auch eine Übung hier. Die Lüftung schafft es nicht. Äh. Äh. What the fuck? Was soll das jetzt sagen? Hallo? Ach. Tretten, dass die... Äh. Einer fährt mit einem Aufzug nach unten und der andere ist unten in die Lüftungsschäcke. Die Lüftungsschäcke. Ja, der andere ist da auch von mir. Na, zählst du? Das ist doch bald wie es war. Jetzt mal schlagen einfach. Das probieren wir gleich. Ich glaub sie sieht sie ja nicht. Wie hat sie doch jetzt gerade geschlagen? Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. So. Ja. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Nein, das ist ja nicht. Ach. Ich bin schon. Ich hab alle im Saum. Das geht's ja nicht. Irgendwann machen wir da nicht das volle Geschicht dabei werden. Nein. Das ist ein Feiersprich. Halt. Da. Das ist ja nicht. Ach. Fakt. Ich hab meinen Schotten zugestanden. Aber wo ist er? Erg. Ist es bei dir oben? Ja. Ein Vorbilder bei der Hand. Ach. Da ist offen. Ja. Er hat's gerade wie wenig ist gemacht. Das lache ich zu. Aber wir können jetzt irgendwann mal alles überlackt. Ja. Ich warte deine Augen mal das an. Unten ist auch noch ein Objekt jetzt. Aber da haben sie schon mal eine Miene im Fantasy-Schein. Ja. Wo ist denn jemand mehr so? Ja. Ich muss jetzt irgendwo ein Objekt haben. Ja. Du bist ja da. Achso. Okay. Ja. Also war jetzt in der Moment nicht so berauschen. Weil dann muss zwei Cams. Und da ist auch noch ein Objekt. Ja. Ja. Das ist ja auch oben ja. Aber da ist ja unten in der Mitte. also ist unten hauptdengsi was wir jetzt gerade machen und da ist er auch offen ok also da sind andere kommen ok da ist komm ja und das klettert jetzt auch grad macht schon nicht von den alten korn war auf jeden Fall von den Spuren nicht der alten korn ich hab mir doch jetzt 13 mal mit dem Co-Ball geschossen wenn man da erlebt ich hab's schon schlecht ich hab's schon schlecht ich hab's schon schlecht viel lang ich hab's mit der Zeit ich schau jetzt geht mir doch mal Security Failure wo im Boden weiß ich nicht bei dir bei mir der Täter die Basi schreit von mir ist nichts von dir ist nichts ich hab ein Hund das ist der da draußen ich hab immer 15 Meter echt von mir der ist oben aber nicht da wo ich bin sonst irgendwo anders Das ist oben Oben? Ja Siehst du das? Ja, ich kenne ihn Ja, ich kenne ihn Ist ja oben eben alle da? Ja Ja, der ist auf jeden Fall hier rum In die Tesen Ich sehe ihn nicht Ich glaube, der hat auch eine Sticky-Kerne, die Sau Ich komme auch mit zu dir auf ihn Der hat wahrscheinlich Sticky-Kerne Aber da ist 0% Da unten wollen sie Ich komme auch mit zu dir Da ist er Da ist er Da hat er ein Hack Da ist er Da ist er Da hat er wo er sich in ist WTF Da ist er Wer ist außer? Ja oben Wird gehackt Unten Was? Unten, unten wird gehackt Wurde gehackt Jetzt wirst du noch mal von uns gucken Ja 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 Wann ist jetzt 3? Nein Achso Ja 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 Wie mein? Ähm Gleich schauen dass wir die Badesachen däubchen Das sind die einfacheren Die Badesachen Mhmm Oben Und unten die Bäder Mhmm Also oben machst du unten und oben Ja ich lebe dann mit miteinander Einer lenkt so oder so und dann greift der andere hinzu. Ich mach zuerst einmal das Ding auf. Gehe jetzt los doch. Ja. So ist es zugepasst. Ist so das gleiche. Ein Flashbang. Ah stimmt ja. Danke.